guten abend youtube zurück zu let's play warcraft reign of chaos und in der letzten folge haben wir verloren sieben sekunden haben uns gefehlt dann war hier unser netter herr kelthozard war hops wir haben zusammen beim tower defense versagt und wir werden das ganz einfach noch mal machen diesmal ein bisschen anders vorgehen ich hatte gehofft dass ich beim letzten mal dass ich zumindest eine basis mal in die platt kriege oder sowas habe das mit der blauen rechts probiert das hat nicht wirklich funktioniert dadurch haben wir natürlich massig vereinheiten verheizt die wahrscheinlich das was sowieso nichts gebracht hat da die gegner hier in wellen kommen und das gescriptet ist und die nicht irgendwie ressourcen dafür wahrscheinlich fahren müssen deshalb bringt das nichts dienen zu reizen dann produzieren die nur kurzfristig noch mehr einheiten und wir haben ja noch ein größeres problem sind wir bereit zu beginnen die summoning nearly ich bin reading through medivh spellbook Aber Medivh lebt doch noch. Hä? Spiegel, Mann! Das ist mehr wie das. Über dich. Ich erinnere mich doch. Ja, Herr. Da werde ich meine Verteidigung mal ein bisschen ausbauen. Ja, du auch. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die Minen zu... Weiß nicht so recht. Ich bin da sehr zwiegespalten irgendwie. Okay. Die machen halt einmal Prüf und dann war's das. Ja. Upsa. Ja. Wer repariert das? Völlig schmutz. So, äh... Web. Das brauchen wir sowieso irgendwann, sonst kriegen wir die nicht runter. Ach ja, und wir brauchen die Black Citadel. Wir brauchen so einiges fällt mir gerade auf. Und natürlich auch die ganzen Upgrades. Ja. Ach komm. Ja, Herr. Noch eins. klemmen sogar noch eins dahinter die kommen wir meistens von rechts bzw da das ist ja dann ich wirklich hier runter schicken was kostet die mine 300 damit wir rechtzeitig hier mal da noch ein bisschen was ja auch sehr in grenzen was ist denn das ist nur 20 das müssen wir so ein bisschen vom mund absparen ring of protection blablabla warum legt er eigentlich seine sachen ab zum beschwören kann er doch angezogen bleiben das ist ja das ist sehr schön nicht durch auch noch dann sind wir hier schon mal relativ gut aufgestellt das brauchen ein bisschen mir schon mal vier stück in der mache die spiel kann ich ja gut hier wird gerade kein kein geld mehr kann ich ja bauen hier so auf dem zeug hier wahrscheinlich nicht weil er da kommt was sehr schön gerade rechtzeitig so und dann nehme ich jetzt jetzt werde ich mal hier oben die das hol ich dir halt doch mal spiel setzt du mal dein äh frostborn hunger so den können wir hier hinsetzen da bin ich jetzt schon das heißt ich könnte hier den setze hier mit dem scout hin damit ich rechtzeitig ein bisschen bescheid weiß ähm und den setze ich hier hin damit ich ein bisschen früher benachrichtigt werde da sei fünf besetzt ein banschi ach ja auch eine banschi können machen kann ja nicht schon aber so natürlich hier das ist das aber noch beim letzten mal waren hier irgendwelche fehlens no one orders me around speak full no one orders no one order Was ist denn da? Äh... Das reicht nicht. Naja, das reicht nicht. So, das heißt wir können hier... Da bauen wir hier doch auch gleich wieder eins hin. So, und dann hier unseren... Unseren Chef sichern wir irgendwie mal ab, unseren, äh... der seine Ferngespräche führen kann. So, mal hier, das kann ich hier... Ah ja, äh... Da? Ah, endlich. Das ist mehr so. Es geht natürlich, hoffentlich, nur hoch, wenn... Recherich komplett. Endlich. Ah, wie soll ich sagen... Wenn in jemand Feindliches drauf tappt... Hoffe ich doch mal schwer. Und dann minen wir uns... Minen wir den Typ mal ein. Ich hoffe, das scha... Und dann gucken, dass der, 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 die, 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 die Reichweite nicht bis zu ihm geht. Das wäre sehr ungünstig. Das ist mehr so. Oh, ein Pau ist unter Attack. Ei, oi, 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 oi! Das ist auch so. Ich habe einen Weg mit ihm gefangen, die, die ich da nicht hinfahe. Wo soll ich meine Blöden gehen? Das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Nein, ich bin... Nichts, die Leute. Ich bin ein Weg, der, die Leute. Oh, ich bin... Was ist ein Weg? Und dann. Was ist das? Was ist jetzt? Ah, endlich! Ich bow' dir an. Hallo! 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 Movement Speed. Ja, dann können sie zumindest ein bisschen mehr Holz hacken. Obwohl wir eigentlich genug haben. Da, hier. So, dann. Upsa. Hier und hier. Spirit Towers. Ich bin glücklich übergebe. Mein Geist ist hier. Geh weg! Ah, ja. Niemand. Ihr Pound ist unter Attack. Ah, endlich! Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich wünsche nur, Sir. Was ist jetzt? Wo wir nämlich halten können. Wo wir nämlich halten können. Ja. Das ist sehr nett von dir. Ihr kommt hier hin. Die Nächsten Minen. Und zwar, wenn wir die hier überall alles verminen. Äh, also. Der hat hier alles repariert. Der hat hier auch alles repariert. Das Passport, diese Panzer. Wo soll mein Blut gespillt werden? Das wird echt mal arg hier. Und was ist jetzt? Jetzt. Das Summoning ist komplett. Ah, endlich. Das ist mehr so. Ah, endlich. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich die nächste Welle, aber das ist mir wurscht. Ich hab diesmal echt alles vermieden hier. Ähm, ich sollte doch ein bisschen mehr Einheiten bauen, oder? 18 Minuten. Ich bewege zu deinem Willen. Wo soll mein Blut gespillt werden? Äh, mich werden... Ich kann bis 70. Mach ich das doch. Ja, völliger Blödsinn, das nicht zu tun. Summoning ist komplett, Master. Mein Leben für Nesul. So, auch wieder eins. Boah, ich hasse diese Panzer, echt. Diese Kamikaze... Teile. Spieg, fool. Das ist mehr so. Ah, endlich. Ich kann auch irgendwas dazu nehmen, sowas hier. Musik. Spieg, fool. Oh, boy. No one orders me to femen... ...wenn ich auf jeden Tag? Finally. Hall of Town is under attack. Was ist denn? Wheres shall my blood be spill? Ich schlade um wie tränz die Hand. Was ist das jetzt? Schau leicht. Wir machen nur zweite Reihe, ist mir so egal. Das ist mehr so. So. Na? Shadows? Ha! Total easy. Geh du mal lieber nach hinten. Wie sieht's dir aus? Der kann nun halt das hier wieder alles reparieren. So. Was ist denn jetzt? Das ist aber gerade mal wieder unser Pendant. Pendant le Energie. Was krieg ich natürlich auch? So. Wir barrikadieren uns hier so richtig ein hier. Wo soll mein Blut gespült werden? Ich werde es geschafft werden. Ich werde es nicht aufhalten. Ja, Herr Präsident. Sprich, Fynn. Unsere Forzen sind unter Attacken. Unsere Macht sind unter Attacken. Die Legion hat deine Macht, um uns zu helfen. Jus, die Beasts thuerst zu kommen, Death Knight. Die Summonation in Höhe ist complete. Die? 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 der ist auch gleich fertig da oben also ich bin recht zuversichtlich heute muss ich sagen die halten noch einiges auf vor allem kommen da ja sehr viele die das eigentlich auch für no one Was ist denn hier? Ah, am Ende! Ah, ah, ah! Upgrade complete! Mein Leben für Nesul! Ich wünsche nur, unsere Forster sind unter Attacken! Lass meine Kroner's Kinder in mich! Sprich für uns! Gehe und bebehe! Was ist denn jetzt? Was ist das Pico? Was ist das Pico? Was ist das Pico? Warum habe ich gespürt? Wenn es dich liefst... Was ist das Pico? Die werden alle verlangsamen. Das ist ganz okay so. Äh, jetzt machen wir noch vier Zweifelsen. Doktor... Doktores! Das waren noch zwölf Minuten. Hm. Nein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was? Nein. Wieso sind wir jetzt... Hä? Wer ist denn jetzt? Research complete. Mein Seid ist deiner. Ich werde deine Augen sein. Ich werde deine Augen sein. Ich werde nicht ein Hai abgeben. Das kostet mich nur wahnsinnig Kohle. Was ist denn? Jetzt muss ich so einen Shade opfern hier. Was ist denn? Der Schlau erwartet. Ich gehe nicht gesehen. Die Schäden beckinnen. Alles wird erledigt. Ich werde es in die Schäden sehen. Nö. Das ist ja toll. So, Low-Up-Geeb. So schnell ganz hoch. Ihr stellt euch auch hier hin. Und zwar beide hier mit aktiviertem. Hey, jetzt sitzt doch ein Befett hier. What is it? Trennt leicht. Meine Seite ist yours. Ich gehe nicht gesehen. Let's see. Was braucht es, zu erheben? Was? Ah. Die wunderschönen Infernalen haben uns geholfen. Rallye sie schnell, Death Knight. Sie sind yours, um zu beschützen. Sie werden nicht mehr um sie zu beschützen. So, und kurz vor Ende würde ich sagen, erhöhe ich dann auf, äh, ganz fix mal auf, was ist hier los? Was sagen, wird gearbeitet. Was ist es jetzt? Ich wünsche nur, dass du siehst. Sie sind schon nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, ja. Ja, ja. So, das geht erst mal hier. Geht nach hinten hier. In erster Reihe ist hier keine gute Idee. Was haben wir hier so? Das ist eigentlich ganz pico. Was ist es jetzt? Das ist mehr wie es. Hier noch irgendwelche Upgrades. Ja, Creature Attack. Armor of Crip Fiends, Gargoyles und Frostfangier. Crip Fiends hab ich gar nicht so viele. Armor of Ghouls. So. Das kann man doch auf jeden Fall brauchen. Ich hoffe, dass die, wenn die wenigsten, äh, Minio gehen, dass mir das nicht alles... Ich speichere mal zur Sicherheit. Ähm, du? Ja. Huh? No one would a speech. Oh! Thy bidding. Speak. Ah! At last. Oh! 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 Schuss! Ich nehme noch die Turmine und weg. Der Sack, der nervt. So, das passt ja nicht auch so weit. Es ist doch sieben Minuten. Von der drüben kommt gerade ein bisschen wenig. Irgendwie. Das kann ich noch machen. Ja, jetzt können wir nämlich hier vier Stück abziehen und hier runterschicken. Woher soll mein Blut spüllen? Und der kann nun dauerhaft hier hochhören. Der Sack ist fertig. Die Bibliothek, Master. Speak! Panzer! Die Forschungskompetenzen. Oh, das ist nicht. ich will wieder ersetzen muss einmal so drei panzeichen kommen so ist mir level 10 hier ist keiner mehr hier seit einem arbeiten sind nicht Schön. Wie in einem Kampf. Ups. Am Ende. Was haut denn da so dermaßen? Hallo. Spiegel, Fynn. Alter, was haut denn? Das gibt's ja gar nicht. Ist der Wahnsinn, was haut denn? Wieso? 57? Okay, ihr habt hier 13... Stinks weggehauen hier. Das geht ja mal gar nicht. So, hier, 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 da. Wahrscheinlich lieber mal ein bisschen so in die zweite Reihe. Kann da auch rein. Ich hab mich eigentlich, äh... Ja, spiegel. No one orders me around. Sehr. So. So. 10 plus 5 die... Ah, ich... ...viele, äh... ...die hier sind auch hier... ...alle voll dauernd aufgerüstet. ...ein Minuten. Ich glaube, ich kann langsam mal auf... ...ein bisschen, äh... ...ein bisschen was bauen. Wenn ich das Geld dazu hätte. Spiegel, Fynn. No one orders me around. Wo soll mein Blut gespült werden? Ich beue zu deinem Willen. 2 Minuten und 35. Ich hoffe mal, die werden überhaupt wenn Upgrades überhaupt fertig. Das ist ja auch echt ein bisschen erbärmlich. So, jetzt mal ein High-Up-Keep. Ist mir aber völlig wurscht. Ich brauche jetzt wirklich jede einzelne Einheit. So, jeder muss hier her. Holz spielt keine Rolle mehr. Denn jetzt geht um... ...die Wurst. Oh, das ist nicht. Oh, weg, 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 weg. Ach so, zurück. Aber Up kann wieder... ...dass führen. Ich stehe in der Level 5. Spiegel! ...eine Möte 27. ...eine Möte 27. Da oben kommt grad nichts. Oh, die habe ich echt aufgehalten. Halt dich auf. Kelthazard muss sich verhindert werden. Das ist die Stunde unserer Geschichte. Das ist die Stunde. Das ist die Stunde hier unten ein bisschen was rumpacken. Das ist mir egal. Das kommt nicht alle angerannt hier. Naja, ich denke mal, das ist sehr wohl leicht. Das ist relativ easy. 50 Sekunden. Das ist das. Komm schon, Herr Firmont. Ingebringe diesen Welt und dich in deine Kraft. Tremble, mortals, and despair. Doom has come to this world. You have done well, little lich. My plan worked perfectly. Lord Archimonde, all the preparations have been made. Very well, Tichondrius. Since the lich king is of no further use to me, you dreadlords will now command the scourge. As you wish, thought Archimonde. Soon, I will order the invasion to begin. But first, I will make an example of these paltry wizards by crushing their city into the ashes of history. This has got to be a joke. What happens to us now? Be patient, young death knight. The lich king foresaw this as well. You may yet have a part to play in his grand design. Hmm. Ah-jir, Uthal, notaros. Ah-jir, Uthal, notaros. Ah-jir, Uthas. Ah-jir, Uthas. Das Betalum, Tal del Tharo, Yildas Glakun. Rethum, Zethara, Semanal, Kultamus. Pelar Sumares, Azaratha, Rakaas, Vinkula. Rasha, Nankar, 150 feet. Rasha, Nankar,iedo Iskalais, Rom Ge�oum. Prchesen gepeica, Nankar, naked connozioxidumi. BELANORA MORDANAUS NELAR IL AMUR NO FA LOS CADA POSIL SIN hacernos SINN SIN 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 Vielen Dank.